Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stronghold Europe, aber nicht zum Kreuzzugmarsch, den wir vor kurzem gespielt haben, sondern zu den historischen Kampagnen. Und ihr seht schon mal was Schönes, wir spielen jetzt mit der deutschen Version, denn für die Kampagne, zumindest für die erste Mission, für die erste Kampagne, können wir eine alte Version verwenden. Und zu Stronghold kann man wirklich sagen, sowohl zur Reihe als auch zu Stronghold Europe und auch zu den alten Versionen, je älter, desto besser. Das ist unglaublich. Aber gut. Willkommen in Stronghold Europe, Sire. Da wählen wir zur deutschen Version von Stronghold Europe, sogar mit dem deutschen Sprecher. Deswegen meine ich ja, dass ich glaube, dass Stronghold Europe ursprünglich von einem deutschen Team gemordet wurde. Aber ja, wir spielen mit Version 1.2 sogar noch. Ich habe wirklich nach einer alten Version Ausschau gehalten. Hier gibt es nicht den Kreuzzugmarsch, beziehungsweise es gibt zwar einen, aber das ist nur der ganz normale, alte. Aber ich glaube, in der neuen Grafik, ne? Äh, okay, der funktioniert gar nicht. Okay, dann weiß ich Bescheid. Aber, ja, Version 1.2 ist mir viel, viel lieber als 1.4. Ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr ich Version 1.4 nicht mag. Denn nicht nur das, die neuen Versionen von Stronghold, also okay, 1.3 hat die HD-Auflösung mit sich gebracht. Okay, das ist ja okay. Version 1.4 hat nichts gemacht, außer das Spiel kaputter zu machen. Zumindest lässt es sich für mich nicht mehr mit OBS aufnehmen und das macht viele andere Spiränzchen. Deswegen 1.4, sofern ich es vermeiden kann, kommt die nicht in die Nähe von Stronghold. Aber für Stronghold Europe ließ es sich nicht vermeiden, weshalb ich es ja nicht mit OBS aufnehmen konnte, weshalb die Qualität ein bisschen schlechter war. Ihr kennt das Spiränzchen. Aber jetzt haben wir eine alte Version, jetzt lässt es sich besser spielen und besser aufnehmen. Wie gesagt, Stronghold einfach Mantra, je älter, desto besser. Das kann man sagen, sowohl was die Spiele angeht, als auch, äh, was die Version angeht. Das ist Wahnsinn. Aber gut, wir starten mit der ersten Stronghold Europe Kampagne. Kampf um England. Die anderen drei müssen wir dann wieder mit der neuen Version machen, beziehungsweise die anderen zwei. Ich glaube, es gab nur zwei weitere. Die anderen müssen wir dann mit der englischen Version machen, weil die gibt es in der deutschen Version nicht. Aber ja, das sind noch Sand und in der Obrungszug, Kreuzungskönig, Kreuzfahrer, Staaten. Das sind noch die von Stronghold Crusader. Aber wir spielen einfach mal die erste Kampagne. Der Kampf um England. Erlebt den Überfall der Wikinger auf England und vertreibt sie. Wieder als, äh, erlebt den Überfall der Wikinger auf England und vertreibt sie wieder als Angelsachse. Also beides. Eine fordernde Kampagne, die es einen Angelsachs nicht leicht macht. Hm, alles klar. Dann beginnen wir mit der ersten Mission, die wir noch gar nicht sehen. Der Überfall der Wikinger. In den Jahren 793 nach Christus bis 900 nach Christus wird das gesamte angelsächsische England von den ständigen Überfallen der Wikinger erschüttert. Sie werden in dieser schwierigen Zeit zuerst in die Rolle der Wikinger und später in die der Angelsachsen schlüpfen. East Anglia. Überfall auf England. Wir schreiben das Jahr 793. Ah, okay, ich wollte schon gerade sagen, das gleiche nochmal. Ne, eine beächtliche Flotte aus Drachenschiffen ist in East Anglia gelandet. Doch statt friedlichen Handel zu treiben, entschied sich die Besatzung dazu, die umliegenden Dörfer auszurauben. Die angelsächsischen Fürsten konnten kaum was entgegensetzen und hofften nur, dass die Nordmänner verschwinden würden. Doch sie tauschten sich... Doch sie... Achso, ich wollte gerade sagen, Herbert. Doch sie täuschten sich, denn ganz England war im Visier der räuberischen Nordmänner. Aha. Okay. Wir sollen 5000 Gold schöffeln, höchstwahrscheinlich plündern, und alle feindlichen Einheitenbesiegungen. Gut, dass ihr gekommen seid. Hier ist euer Plan. Wie ihr die Einheimischen dieser Insel von vorne bis hinten um ihre Reichtümer erleichtern könnt. Als erstes solltet ihr auf eure Schiffe aufpassen, denn es kann durchaus sein, dass die angelsächsen versuchen, die Schiffe zu versenken. Wenn ihr anschließend eure Mannschaft... Wenn... Also wahrscheinlich wenn. Wenn ihr anschließend eure Mannschaft ausgerüstet habt, solltet ihr die Stadt York, also in blau, erobern. Sobald sie in eurer Hand ist, baut dort eine Lebensmittelindustrie auf und besiedelt die Stadt mit Wikingern. Wenn ihr da... Die haben irgendwie ein Problem mit wenn. Wenn ihr das geschafft habt, raubt und plündert, was das Zeug hält. Nehmt euch aber vor London in Acht. In Schwarz. Diese Stadt ist besonders gut befestigt und sollte erst zum Schuss... Äh, zum Schuss. Zum Schluss in Angriff genommen werden. Das war jetzt diese Fehler von mir. Oh, es gibt sogar Hinweise. Vergesst nicht eure Ressourcen und Nahrungsmittel zu verkaufen, um immer genügend Geld zur Verfügung zu haben. Scheut euch nicht, euren Konzspeicher abzureißen, um ihn bei York neu aufzubauen. Dort habt ihr für eure Lebensmittelindustrie wesentlich mehr Platz. Ich glaube, das lesen wir nochmal genauer durch, wenn wir genau schauen, wie... was die Karte sagt. Jede Stadt in England hat, bis auf London, ihre eigenen Rohstoffe. York Blau besitzt Pech... Ähm, Lancaster in Orange und... äh, besitzt Eisen in Orange und Chippenham in Gelb besitzt Stein. Okay, alles klar. Gut, dann schauen wir mal in die Mission. Da wären wir. Pause. Gucken wir uns erstmal so die Gegebenheiten an, ne? Hier sind wir, die Wikinger in Rot, beziehungsweise Rot und Gelb. Die gehören uns. Und von hier aus können wir uns grundsätzlich erstmal aufbauen. Wir haben eine kleine Produktion, wir haben ein paar Schiffe. Wir haben tatsächlich unseren Konzspeicher und unseren dort auf einem Schiff. Also es ist tatsächlich so gemacht, so im Sinne... Wir sind jetzt mit den Schiffen gelandet und sind jetzt da. Und hier haben wir die Engländer, beziehungsweise die Angelsachsen. Ähm, da haben wir einmal in Schwarz... Schwarz war... Äh, lalalala, ne, Blau, Orange und Gelb und... Okay, alles klar. Und ich sollte mich in Acht nehmen vor den Schwerbefestigten, das war... Abzureißen in York. Das war, glaube ich, hier, oder? Wenn ihr genügend ausgeholt seid, solltet ihr die Stadt blau erobern. Sobald sie in der Hand ist, solltet ihr mehr... Nehmt euch aber von London Schwarz in Acht. Okay, also die, die direkt vor uns sind, geht eigentlich, oder? Ich würde sagen, die sind in Ordnung. Hm. Ach, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen einfach freie Schnauze. Schauen wir einfach mal, wie wir selbst zurechtkommen. Okay. Schauen wir uns mal den gesamten Spaß ein bisschen an. Hat auf jeden Fall was, die Karte, muss ich sagen. Sieht... Ich meine, ich mag die Schiffe einfach. Ich mag es irgendwie, wenn man so kreativ ist und sowas wie diese Schiffe baut, die wir hier haben. Was einfach mal ein bisschen anderer Ansatz ist, weil sowas wie Schiffe gibt es ja eigentlich nicht in Stronghold ... äh, sorry, in Stronghold 1 oder Crusade. Und es gibt immer wieder mal interessante Ideen, sowas mit einzubringen. Und wir haben tatsächlich niedrige Palisadenwelle. Palisaden wurden ja vermisst für den Kreuzzugmarsch. Hier gibt es sie. Kann man bloß nicht selbst bauen, glaube ich. Und auch noch in der niedrigen Fassung. Das ist irgendwie lustig. Aber gut. Ja, was haben wir eigentlich? Was können wir bauen? Wir könnten Holz... Holzfäller könnten wir echt gebrauchen, ne? Ich glaube, wir haben allgemein das Problem, aber wir haben... Oh Gott, wir haben einen Marktplatz. Das erste Mal als Stronghold durch den Marktplatz sehe. Ah, herrlich. Okay, ähm... Gut, das hieß ja auch in der Beschreibung irgendwie von wegen, ihr könnt Güter verkaufen. Und wir müssen nur... Nur in Anführungszeichen... 5.000 Goldscheffe. Am besten... Gut, wir könnten einfach nur defensiv spielen und das alle einfacher wirtschaften. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Fast haben wir überlegen, ob wir das schaffen könnten, einfach alles zu verkaufen. Könnte ich erinnern an die Mission Das Lösegeld mit der Schlange, wo man einfach die Mission instant schaffen kann, indem man einfach alles verkauft, was man im Anfang hat, alles einreißt. Das Volk huldigt euch, Sire. Ich hätte gerne eine Flasche Kost. Keine Veränderung in der Schatzkarte. Gut, viel durch Steuern bekomme ich nicht. Ganz ehrlich. Mache ich es lieber so. Das kriegt man nämlich hin mit den Nahrungsarten, die wir haben. Okay, Bögen werden gemacht. Das ist schön. Was können wir ansonsten? Wir können keine Waffenproduktion ansonsten machen. Das heißt, wir kommen hier und da ein paar Bögen rein, aber das war's. Ansonsten müssen wir gucken. Ich soll mich ja vor denen in Acht nehmen, ne? Aber das sieht sowieso ein bisschen eklig aus. Ich glaube, die jetzt... Lustig, in der Flachansicht sind es Mauern. Ja, die haben auch ein bisschen was da. Bei denen... Ich sehe leider keine Lot-Ansicht. Deswegen kann ich jetzt nicht schauen, wie viel die haben an Gold. Wir müssten uns ein bisschen rumschleichen und irgendeinen eher Schwachen schnell umnatzen. Ich meine, hier ist die Eisenindustrie, hier ist das Pech, was schon so schön angesprochen wurde. Und hier haben wir Stein. Und alles können wir natürlich nutzen, um selbst Ressourcen zu schäffeln dann. Bin zur Stille. Es werden Waffen gemütlich sein. Die Bogenschützen machen es mir nicht gerade leicht. Ich meine, ich könnte hier trotzdem weg... Das größte Problem mit den... mit hier... Diesen Engländern... Die sind zwar leichter zu stürmen, aber die gehen mir einfach mehr auf den Sack, weil der einfach... Ja. Die haben sich da schön aufgebaut. Und sind zu nah an mir dran und beschießen mich die ganze Zeit. Bin zur Stille. Ich muss wirklich sagen, dass mir das nicht gefällt. Ei. Verzeihung, Sire. In Ordnung. Ja. Rücken aus. Unerreichbar. Einfach nur mit Streitkumpenkämpfen rein, könnte schwierig werden. Wir haben viel zu wenig Truppen, dass das was Erfolgreiches wird. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Wen nehmen wir als erstes Ziel, ist die Frage. Ich meine, ich könnte mich ja trotzdem um die Bogenschützen hier irgendwie kümmern. Aber... Was hätte ich dir gesagt, als getan, ne? So viele Bogenschützen haben wir selbst nicht. Bin zur Stille. Ei. Was haben die Tipps nochmal gesagt, wie die Reihenfolge? Ne? Es ist einfach nur die... Wie ging er abzureißen? In York. Also blau. Sollte vielleicht wirklich unser erstes Ziel sein, York, ne? Dann können wir da eine schöne Lebensmittelindustrie machen. Und da mal richtig reinhauen. Wir kriegen ja... Aber das allergrößte Problem mit denen hier ist... Solange die da sind, kriege ich nicht mal Holz gefällt. Versuchen wir uns mal so aufzustellen, dass die feindlichen Bogenschützen uns nicht treffen. Aber wir zumindest die Lanzenträger loswerden können. Das ist, glaube ich, ein guter erster... Ein ganz guter Start. Ganz gute erste... Handlung. Sobald die weg sind, können wir die Mauern direkt frontal stürmen. Also nicht außenrum gegen die Nahkämpfer, sondern hier frontal stürmen und versuchen, die Bogenschützen wegzumachen. Und dann... Bin zur Stelle. Eure Befehle? Unerreichbar. Ist schon mal vieles besser. Eine kleine Gruppe feindlicher Truppen befindet sich auf dem Weg sofort. Oh. Wollen wir sogar einen deutschen Sprecher für den Berater. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Eine kleine Truppe feindlicher... Hm. Das heißt, wir werden auch aktiv angegriffen. Das ist uncool. Das gibt jetzt dann doch einen kleinen Zeitdruck. Mehr als ich dachte. Unsere Lebensmittelvorräte schwingen dahin. Die feindlichen Streitmächte greifen an. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Das Volk huldigt euch, Sire. Komm, wir müssen doch mal ein bisschen steuern. Ich weiß nicht, wie ich sonst an Geld kommen soll. Erstmal aktuell. Feindliche Streitkräfte greifen an. Pflanzenträger nur. Okay. Jetzt gehören die Schwertkämpfe dazu. Wenn ja, ist das ein bisschen uncool. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist teuer, mein Herr. Das sind tragbare Schilde. Interessant. Aber ich glaube, das ist nur für die Optik. Wir können den nicht fertigstellen. Oh, hi. Ah, das kriegen wir aber abgewehrt soweit. Okay, das sollte Lordi eigentlich packen. Das ist ein ganz starker. Müsste ja eigentlich von der Stärke trotzdem der Crusader-Lord sein. Die Bäume in der abgeflachten Ansicht. Wah. Ich sehe gerade, das sind Apfelbäume. Das sind Apfelbäume von den Apfelplantagen. Interessant. Oh. Viginiere. Erstmal ein bisschen Hühnerfutter. Okay. Das ist das Ziel geschafft. Auf dem Weg. Dann kriegt ihr mal Nummern. Was gibt's? Ja, hör. Eine kleine Gruppe. Nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Oh nein, ich darf... Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Ah, schlecht. Ich darf die Mauer nicht angreifen. Die sind unangreifbar. Das ist... Nicht sehr gut. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Ich kann versuchen die... Ich würde nur die vorderen Bogenschützen loswerden wollen. Mehr ist es nicht. Schauen wir mal, ob wir die tot kriegen. Okay, wir treffen. Wir machen ein kleines bisschen Overkill, aber passt schon. Schön ein bisschen bewegen bleiben. Wenn die vordere Front da weg ist, dann habe ich ja meine Ruhe und kann meine Wirtschaft ein bisschen... Oh Gott, jetzt kommen die Gegner. Ähm, hi. Aber jetzt können die Holzfäller arbeiten, dann können wir auch mehr Bogen produzieren. Wir könnten sogar den einen oder anderen Jäger losschicken. Wenn man nicht alles flippe in die Nähe ist. Mein Bogen ist euer bereit. Rücken aus. Bogen gespannt. Mein Herr. Visiere an. So, auf Wiedersehen, Kamerad. So, Mann, zwei Jäger. Jetzt kommt endlich mal Holz rein. Na gut, haben wir schon. Gut, was anderes als Bogenschützen ist aber aktuell nicht drin, ne? Gut, ganz ehrlich, jetzt... In Bewegung. So weit, wie ich jetzt schon mal bin. Eine kleine Gruppe feindlicher Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Kann ich mich jetzt auch um die Schützen hier kümmern? Hm. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Unerreichbar. Mein Bogen ist euer. Mein Herr. Okay, muss ich weiter runter. Ich glaube, ich kann die jetzt einfach auf Fernkampf besiegen. Und sagen, wir stürmen dann. Leute, dann nehme ich doch jetzt hier den schwarzen Gegner zuerst. So, geräumt. Räumungsverkauf. So, kurz ruhig bleiben. Jetzt kommt nämlich der nächste Angriff. Der Überfall der Wikinger ist erstaunlich defensiv. Aber man muss hier wirklich überlegt vorgehen. Die Jäger bringen jetzt nicht sehr viel. Könnte ich Waffen kaufen? Ja, könnte ich. Das heißt, ich könnte auf diese Weise mir Streitkumpf vordern. Bin zur Stelle. Rücken ab. Hm. Was wünscht ihr eigentlich? Ja. Was gibt's? Ja, hör? Also, immer noch mal neuer. Bogenschützen bereit. Okay. Held. Dann hätte ich jetzt gerne noch da weitergeräumt. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Zähl angepeilt. Zack. In Bewegung. Pfeile bereit. Zack. Eine kleine Gruppe feindlicher Truppen befindet sich auf dem Weg zur Borg. Zack. Rücken aus. Zähl angepeilt. Sind das in Zähl? Na, jetzt gehen sie wieder. Ist okay. Eure Befehle in Bewegung. Die feindlichen Streitmächte greifen an. Visiere an. Jetzt können sie ein bisschen unkohl werden. Ziel angepeilt. Rücken aus. So. Bogenschützen weg. Jetzt haben wir soweit unsere Ruhe. Wer ist denn eigentlich eine Option? Denn vielleicht ist es ja doch der schwache Lord, weil das ist ja kein Kreuzzugsspiel, sondern ein normales Einzelspielerspiel. Selbst wenn es ein Crusader ist, ich glaube, da ist der Lord schwächer. Ist das so wie bei Stronghold 1, dass der Lord relativ schnell auch erschossen werden kann? Zumindest für das Verhältnis. Werden wir sehen. So, erstmal die noch weg. Das sollte kein Problem sein. Aber ansonsten stürmen wir jetzt mal die Bude. Ich glaube, jetzt sollten wir bereit sein. Schick mal alles mal zusammen rein. Wunderbar. Die Ritter könnten ein bisschen problematisch werden. Und warum auch immer ihr euch zu schnell bewegt? Ich glaube, da muss ich ein bisschen händisch nachjustieren. Zuerst die Pägeniere ranlassen, bitte. Jetzt die Streichung im Kampf hinterher. Läuft. Äh. Junge. Darüber. Oh ja, die Bogenschützen machen echt ansehnlich Schaden. Und drauf. Was haben wir jetzt wirklich? Haben wir die Burg jetzt eigentlich übernommen? Weil die Mechanik gab es ja an Stronghold 1. Ne, anscheinend nicht, sonst hätten wir auch die bösen Sachen. Wir haben jetzt einfach nur die Fläche, oder wie? Ich meine, Printergut haben wir ja auch nicht. Hm. Gut, so oder so. Wir haben... Eure Lautschaft? Extra Platz. Vorwärts. Ruhe. Wie ist es nochmal, zögert nicht, euren Konzspeicher nochmal neu aufzubauen? Wäre eine Idee, aber ich glaube, es ist nicht mal so notwendig. Okay, die wollen Lordi, aber das passt. Ja gut, könnt ihr euch erinnern, wie ich am Anfang der Mission gesagt habe, können wir nicht einfach alles verkaufen, 5000. Stimmt, wir müssen ja noch alle Einheiten besiegen. Einfach die 5000 Gold zu erreichen, ist nicht alles. Haben wir eigentlich geplündert? Ne, wir haben nichts geplündert, überhaupt nichts. Gemein. Aber wir können halt eine riesige Lebensmittelproduktion machen irgendwo. Oder wir machen einfach so jetzt ganz viele Apfelfarmen. Eine kleine Gruppe feindlicher Truppen bezieht sich auf den Weg zu fahren. Gras oder Weideland? Ach, ja stimmt. Ja, ich glaube, dann machen wir den Konzspeicher doch lieber woanders nochmal neu. Und zwar da oben, wie es so schön schon gesagt wurde. Geh mir meinen Hals. Ja, ja, Schwertkämpfer. Die halten halt so viele Bogenschüsse aus. Ja, Rücken aus. Visiere an. Ziel angepeilt. Aber krieg mal hin. Kann sich nur um Jahre handeln. Mein Bogen ist... So. Bin zur Stelle. Mein Herr? Wenn ich die Schilder abreiße eigentlich, kriege ich doch das Geld zurück. Was wünscht ihr? Ich bin da gerade unsicher. Also, ob es allgemein die Mechanik gibt, dass man Geld zurückbekommt. Sollte der Lord eigentlich hinbekommen? Warte, das ist der schwächere Lord, ne? Ich sollte nicht zu sehr darauf vertrauen und ein bisschen Feuerunterstützung geben. Ah ja, das schafft er. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Hi. Okay, ich meine... Es kommen ja Bögen rein. Das ist ganz nett, aber... Aber ja, hier können wir auch ein bisschen... Ich bräuchte halt viel mehr Bogen schützen aktuell. Die Angriffe machen sich alles ein bisschen schwieriger. Marktplatz könnte ich auch mal verwenden. Ich bin fast zu sehr gewohnt, das nicht zu tun. Dann könnten wir das Örtchen da oben wirklich verwenden. Und dann mal so richtig schön... Was wäre jetzt besser? Streitkumpenkämpfe oder... Ich glaube, vom Preis wird sich das nicht viel nehmen, ne? Okay, Streitkumpenkämpfe werden ein bisschen günstiger, weil die Harnische günstiger sind als die Piken. Aber... Schwer zu sagen, was hier gerade effektiver ist. Ich würde fast sagen, die Streitkumpenkämpfe. Schneller und effektiver gegen diese ungepanzerten Einheiten, wie jetzt hier die Bogenschützen-Lanzenträger. Die Pikenierer meinten Bonusschaden gegen die Schwertkämpfer. Und gegen Ritter. Aber so viele sind von denen gar nicht mehr da. Aber andererseits ist das das Einzige, was unsere Bogenschützen nicht hinbekommen, ne? Den Rest kriegen unsere Bogenschützen hin. Ich glaube, der geht lieber auf Pikenierer. Oh Gott, nein! Eure Befehle? Aha. Äh... Ne, halt, 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 halt. Da hoch und schießen. Wenn mir jetzt da laut drauf geht, das ist natürlich alles schön und gut mit der... Okay, passt. Ja, ich glaube, ich nehme hier einen Pikenierer dazu. Holen wir uns noch ein paar von denen. Machen wir noch ein Haus. Kriegen wir auch mehr Steuern rein. Klar haben wir mehr Nahrungsverbrauch, aber Nahrung ist gerade nicht das Problem. Nein, tatsächlich nicht. So, da haben wir unsere Truppe. Noch mehr Gruppen. Noch mehr truppenfeindliche Gruppen oder andersrum. So, dann mal weiter vorwärts und ein bisschen schießen. Eure Leutschaft? Das... Uncool. Komm, wir schicken mal einen guten Schub zurück. Das kann ja trotzdem noch weiter schießen. Und wir können eigentlich mal stürmen. Die Bude. Und die Streitkumpfer können da hinten dann mal Stress machen. Sollte machbar sein. So. Manchmal hilft nur Hühnerfutter. Das sollten die Pikenierer eigentlich gut hinbekommen. Das Ding zu stürmen, die Fankämpfer wegzumachen. Die holen sich die Bogenschützen hier, ohne zu sterben. Vielleicht auf dem Weg dann... Oh, das wird schlecht. Na, ich glaub, die Pikenierer waren eine gute Idee. So, mach mal weg. Dann bauen wir unsere Nahrungsindustrie neu auf. Dann können wir aber so ein kleines bisschen einen Schneeball-Effekt ins Rollen bringen. Indem wir jetzt so viele Gegner wegmachen. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Zu Diensten. Dass wir damit effektiv... Wer spießt am meisten auf? Mein Bogen ist euer. Jetzt eine richtig dicke Nahrungsproduktion starten, um damit wiederum richtig viel Pikenierer rauszudrücken. Und sobald das mal zu uns rollen ist, und wir richtig viele Apfelfarmen hier oben haben, dann läuft das eigentlich. So, ich würd' sagen, hier oben ist Ruhe. Ich mein, okay, wir könnten diese Pechgrube nutzen, aber... Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwas zum Verkaufen bekommen. Die Käsefarm können wir ja leider nicht... Obwohl, doch, wir könnten die eine oder andere Käsefarm machen anscheinend, was weniger Platz braucht. Aber ich würde dann wirklich mal hergehen und sagen, ja, wir machen alles mal neu. Obwohl, die Frage ist, wie viel Platz ist hier eigentlich dafür, ne? Ich mein, ich könnte jetzt mal alles... Gut, wir können einfach mal niederreißen, ne? Machen wir einfach mal Platz hier. Tut mir leid. Das ist ab jetzt... Jetzt frühe Real Estate einfach. Das ist ab jetzt Eigentum. Der Udwindianischen Staatspartei. Liebe Genossen, teilen macht Freude. Was sprich dagegen? Zu sagen... Ich mach mein Konzspartier hier rein. Dann gibt's auch nur einen einzigen Zugang, den wir auch noch halbwegs verteidigen können. Sollten da noch reinkommen wollen. Uns entgeht niemand von der Pika auf. Was wünscht? Na, wir werden nieder mit Ihnen. Uns entgeht von der Pika auf. Schuldner, was wünscht ihr? Ei. Wer kennt sie nicht? Die Wikinger-Hellebadiere. Uns entgeht niemand von der Pika auf. Eine kleine Truppe, feindlicher Truppe, befindet sich auf dem Weg zu Wochen. Ei. In Ordnung. Von der Pika auf gelernt. So. Wunderbar. Es fehlt in Stronghold tatsächlich eine Plündermechanik. Muss man ja sagen. So. Machen wir mal den Marktplatz leer. Ihr habt nicht genügend Güter. Ja, da kommt ein bisschen Geld zusammen. Die feindlichen Streitmächte greifen an. Eure Beliebtheit sinkt. Schneeflöckchen. Zack, zack. Schade, passt keine Käsefarm rein. Na gut. Ich kann noch damit leben. Dann machen wir hier noch einiges dazu. Zack und zack. Und zack. Ganz anders her. Käsefarm passt noch hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Könnte besser sein, aber geht eigentlich trotzdem noch. Dann machen wir mal noch ein paar Jäger hierher. Machen wir mal so richtig die Nahrungsproduktion. Die unten brauchen wir nicht mehr so dringend. Leute, jetzt beruhigt euch mal. Die Nahrung kommt doch schon wieder rein. Unsere Goldvorräte wachsen stets, Sire. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Schultert die Waffen. Vorwärts, die Leere. Mehr Apfelfarmen, bitte. Es kommen Leute zur Burg. Sehr gut. Okay, jetzt wo die Leute kommen. Die Schweinchen. Wir verlieren ein bisschen das Volk. Mal gucken, was. Jetzt können wir natürlich auch mit der Bevölkerung höher gehen. Das ist doppelt schön. Wir können entweder Nahrung verkaufen oder wir gehen mit der Bevölkerung höher. Und können die Steuern höher drücken. Eine kleine Gruppe feindlicher Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. So, zack. Und zack. Und dementsprechend jetzt... Der Anfang war jetzt ein bisschen mühselig. Aber jetzt soll es eigentlich umso schneller gehen. Denn jetzt kommt die Nahrung rein. Und zwar ganz ordentlich. Dass ich hier nichts ingebaut bekomme. Aber läuft. Gut, Bogenschützen können wir auch wieder machen. Oh, da ist auch mal dazugekommen. Da, 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 da. Gut, so viele Bogenschützen, wie wir jetzt haben, könnte man wirklich drüber nachdenken. Na, guck mal, wir haben ein paar Jäger mehr. Steuern sagen 25. Passt. Wir müssen bloß noch die beiden da unten loswerden, ne? Alles klar. Bin zur Stelle. Mehr Bogenschützen. Eure Befehle? Da können wir jetzt eigentlich auch nochmal eine gute Spur in den Angriff mit reinziehen. In Bewegung. Ei. Ach, komm. Gebt mal mal noch ein kleines bisschen Wasser in die Mühlen. Es werden Waffen in Ordnung sein. Jetzt sagen wir irgendwann mal wieder die Beginianzahl. Eine kleine Kurve. Und holen uns mal den Teil dort oben. Mein Eisen. Ich kann mir Eisen holen. Und Pech und so. Klar, ich könnte das dafür nutzen. Aber das Problem ist, die Reichweite ist zu groß. Das Einzige, was ich wirklich anbieten würde. Ich meine, gut, okay. Ich könnte das Vorratslager auch abreißen und woanders aufplatzieren. Das wäre eine... Das wäre tatsächlich gar nicht mal so ineffizient. Aber, mh... Die Gegner kommen doch eh hier lang, oder? Ich könnte die Bogenschützen auch hier platzieren, aber das macht keinen großen Unterschied. Die Gegner kommen eh nicht mit Fernkämpfern. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt Schutz. Also, wo die Distanz nicht so eine große Rolle spielen würde, wäre beim Steinbuch. Ich müsste bloß mehr Ochsenjöre bauen. Weil ich sage, ich hole mir das Ding und hole mir richtig viele Steindieferungen. Oder, was sich auch lohnen würde, wäre eben... Pech nicht. Wirklich Eisen. Ich müsste mir das Ding da hinten holen, dann Vorratslager neu aufplatzieren, direkt daneben dran. Dann würde ich sehr schnell Geld bekommen. Aber ich glaube, das mit dem Stein gefällt mir mehr. Ich möchte das Vorratslager jetzt nicht unbedingt neu platzieren. Weil dann wäre auch die Waffenproduktion eingeschränkt. Das bedeutet dann auch, dass die Bogenschützen nicht mehr richtig kommen würden. Hm... Würde ich vermeiden. Ich würde sagen, Stein ist way to go, um jetzt Geld zu verdienen. Sind auf dem Weg. Mein Herr? Eins, zwei. Eure Befehle? Eure Befehle? Eure Befehle? Eure Befehle? Eure Befehle? Ja, in Bewegung. Hm... Da wird mal die Bude direkt gestürmt. Schultert die Waffen. Wieder mit ihnen. Guten Tag. Ich komme von den Zeugen Picova's. Einmal hoch. Bogenschützen zur Unterstützung. Oh, die Mönche könnten echt ein Problem darstellen. Äh, läuft aber. Bin zur Stelle. Hi, wieder mit ihnen. Ja, in Ordnung. Bogenschützen bereit. Eure Leutschaft? Okay. Oh, auf die Mauern. Die verteidigt. Boah, das ist verwirrtvoll, dass ich jetzt auch gelbe Bogenschützen noch habe. Ich dachte, hä, was machen die Feinde da unten noch? So, holt euch die Schwertis. Und alles ist gut. Dann gehört die Steinproduktion schon bald uns. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Locken wir mal die Schwertkämpfer ein bisschen an. Da ist einer mit Pech. Das können wir doch bestimmt für uns einsetzen. Schauen wir mal das Haus weg. Schüttet mal. Schüttet nicht. Guck, guck. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Jetzt macht das, wo ich nicht damit rechne. Ja, verdammt. Ich hätte gerne nochmal fünf Pikis mehr. Aber dann denken, sobald es läuft, dann läuft. Danke, danke. Kein Preis, bitte. Okay, die Schwertis werden jetzt so erschossen. Kommt mal rüber und kümmert euch mit Bogenschützen, hier bitte. Eine kleine Gruppe, feindlicher Truppe, befindet sich auf dem Weg zur Borg. In Bewegung. Visiere an. Ziel angepeilt. Pfeile bereichespannt. Unerreichbar. Ei. Den Lord holen könnte man sich trotzdem, glaube ich, noch nicht so wirklich. Bin zur Stelle. Zumindest nicht so, wie ich es gerne hätte. Was sagt eigentlich die Nahrung? Ui, nicht schlecht. Die feindlichen streiten mich der Greifler an. Unerreichbar. So, hier rüber und mal dort den Bogenschützen loswerden, bitte. Visiere an. Wird nicht wirklich getroffen von hier. Von hier vielleicht. Ziel angepeilt. Ja, hier und da trifft ein Pfeil. Passt schon. Ähm, hab ich die neuen Pikiniere schon hingeschickt? Ja, die sind wir dabei. Gut, dann machen wir den Lodge schnell noch weg. Es wird ein harter Karrebefehle. Und dann kümmern wir uns mal, dass der Steinbruch weg ist. Stimmt, da kampf. Sehr gut. Piks, Piks. Piks. Das ist gar nicht mal so leicht, jetzt hier passend Ochsenjöre zu machen. Da passt noch einer ganz gut hin, ohne das Zugangswege. Wir dürfen nicht auch vergessen, dass hier die Wege frei sein sollten. Ansonsten gibt's Verstopfung. Eine kleine Gruppe feindlicher Truppen befindet sich auf dem Weg zur Borg. So, und einmal hier. So, jetzt haben wir da ordentlich Besatzung. Und mein extra Haus, sollte nicht das Problem sein. Und jetzt kriegen wir richtig fette Steinlieferung. Und ich würde mal sagen, einige der Bogenschütze können jetzt nicht bewachen bleiben. Und ein gewisser Teil geht hiermit hoch. Und jetzt sollte die Knete reinkommen. Also das sollte jetzt nicht lange dauern, bis da mal richtig die Lieferung kommt. Platz brauchen wir auch nicht. Nahrungsmittelproduktion kommt noch hinterher. Trommelwirbel. Dring auf noch. Ist eine gute Frage, ob sich das lange so hält. Vor allem, irgendwas macht hier immer die ganze Zeit mal die... Die da drüben. Da müssen wir auch mal was gegen machen. Bis zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. So, jetzt gucken wir mal, was die Steinproduktion gut ist. Wir haben ja, glaube ich, immer noch... Wir haben ja nicht den Boost, weil man darf nicht vergessen, es ist zwar Stronghold Crusader, aber auch Stronghold Crusader hat die alte Stronghold 1 Wirtschaft, wenn man es nicht im Skirmisch spielt, sondern bei den Missionen, Kampagnenmissionen und eigener Szenarien und so. Was bedeutet, wir haben, glaube ich, eine langsamere Produktion. Das wird trotzdem ein bisschen dauern, bis der Stein reinkommt. Es kommen also nur 8 Pro Ladung statt 12. Bin zur Stelle. Ja. Schauen wir mal, wie das wird. In Bewegung. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Rücken aus. Mach mal weg die Schlingel. Pfeile bereit. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Eine kleine Gruppe, feindlich erzupfen, befindet sich auf dem Weg zur Borg. So, dann ist unsere Wirtschaft links mal ein bisschen geschützter. Sind auf dem Weg. Bogen gespannt. In Bewegung. Und hat ein bisschen Ruhe. Gut. Ja, da drüben nerven sie auch noch. Das sind sogar ziemlich viele. Visiere an. In Bewegung. Ziel angepeilt. Und Gegner kommen. Weg. Sind auf dem Weg. So, die ersten Steine kommen an. Feindlich, breit mich der Greifen an. Steiner ist höchst erfreut. Ich bin zur Stelle. Eure Befehle? In Bewegung. Bin zur Stelle. Gegner. Was wünscht ihr? Nieder mit ihnen. Komm. Ihr helft auch mal mit. Ein weiter Weg. Wir haben ja nicht mehr so viel. Wir haben es bald fertig. Gut. Das ist jetzt eine etwas lange erste Mission. Länger als ich dachte. Aber passt ja. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Wir kämpfen uns durch. So, bin ich Bogenschützen. Das kriegt man eigentlich komplett mit unserem Bogenschützen geklärt. Ich müsste eigentlich keine neuen Helabardiere ausbilden müssen. Die Sieben, die wir haben, machen da eigentlich noch ganz gut. Ganz guten Job. Ist jetzt noch keine Steine angekommen. Ich sage bloß, das wurde uns von den Angriffen immer wieder weggehauen. Zwischendrin. Das wäre gemein. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Jawohl. Auf Wiedersehen. Welcher Truppen befindet sich auf dem Weg zur Borg? Ah, jemand schießt zurück. Das gefällt mir nicht. Sind auf dem Weg. Wo leben wir denn? Zurückschießen, ey. In Bewegung. Rücken aus. Nehmen wir schön auf die Fernkämpfer zuerst. Sind auf dem Weg. Sehr gut. In Bewegung. Rücken aus. Unerreichbar. Die kommen eh nicht hinterher. Die Feindlichen streiten mich der Greifen an. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Was nützen eure überlegenen Waffen, wenn ihr mich nicht einholen könnt? Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Ordnung. Das ist gerade Teutonen aus Age of Impulse 2 in den Nutshell. Einfach nur. Eure Befehle? Die Deutschritter können doch so stark sein. Aber alles und ihre Mütter können halt vor denen wegrennen. Und eure... In Bewegung. Bogenschützenbeichbar. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Pfeile bereit. Boah. Das dauert so lang, ey. Eure Befehle? Schaut mal. Ein Igel. Bogen gespannt. Der sieht aber lecker aus. Sind auf dem Weg. Wenn man dann denkt. Die muss man umdrehen und von unten auslöffeln. Die fallen gerade brunnenfest. Ich treffe da niemanden. Jawohl. Oh Gott, Holzfäller. Nein. Die Legende des Holzfällers, da die gesamte Wikingerinvasion alleine abgewehrt hat. Bin zur Stelle. Es wird ein Wamm. Mein Bogen ist... Eine kleine Gruppe, feindlicher Truppen, befindet sich auf dem Weg zur Bogen. So, jetzt noch den Rest. Das Geld kommt rein. So wenig Gott. Also, von dem großen Steinboom, den ich profitiert habe, ist doch gar nicht mal so viel übrig. Äh... Oh, da wurde mir was kaputt gemacht, oder? Ich gucke mir das nur so vor. Machen wir mal hierher noch einen. Machen wir mal... Ist zwar weiter weg, aber komm, machen wir mal hier noch welche hin. Ich streite mich der Greifen an. Eure Landschaft? Mein Herr? Ein weiter Weg! Ich glaube, da ist immer mal jemand hin, der mir die Wirtschaft sabotiert. Allgemein wird hier oftmals sabotiert, glaube ich. Ah, hier. Jetzt hinten habe ich auch gar keine Schutzeinheiten mehr, ne? Sind die mir kaputt gemacht worden? Bin zur Stelle. Das meiste Geld kommt jetzt wirklich durch die Steuern rein mittlerweile. Das Volk liebt euch, mein Lord. Eure Befehle? In Bewegung. Bin zur Stelle. Guck. Ziel angepeilt. Aha, jetzt treffen wir auch mal was. Pfeile bereit. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Okay, dann. Bogen gespannt. Ah, genau. Kommt mal schön zu Papa. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Ja, hier. Ich glaube, mein Ochsen werden die ganze Zeit weggepiekst auf dem Weg. Mein Herr? Visiere an? Eure Befehle? Bin zur Stelle. In Bewegung. Rücken aus. So. Dann mal rein. Noch die restlichen Bogenschützen wegmachen. Den letzten Lord noch wegmachen. Eine kleine Gruppe feindlicher Truppen befindet sich auf dem Weg zur Borg. Good wind is not amused. Bogenschützen bereit. Zu Dienstmü. So, ihr kommt mal mit ran. Macht den letzten Lord noch weg. Solch ein Herz, Brüder. Am besten seins. Bin zur Stelle. Genug Herzen für alle da. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Die Feindlichen. Weitlich der Greifchen alle. So. Pikst die mal einzeln. Könnt auch alle zusammen kämpfen. Wirklich kein Problem damit. Der Lord sollte eigentlich nicht lange leben bei dem Pfeilbeschuss. Es ist Wahnsinn, wie wenig Pfeile die Lords in den Missionen aushalten. Oh, nein! Nein! Nein, 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 nein. Das ist nicht euer Ernst. Der Lord wurde ermordet. Pfff. Pfff. Alter! Alter, ich war so gut wie fertig. Ich hab nicht einmal gespeichert. Äh. Oh, shit. Okay, okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Ähm. Das spiele ich nochmal nach. Zu dem Punkt. Und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Das spiele ich auch. Amen. 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 Befehle? Was wünscht ihr? Und drauf. Fasst euch ein Herz, Brüder. Ei, aber gern. So, wir gucken mit der Gegner. Vorwärts, Pekiniere. Ich weiß, was es ausgelöst hat letztes Mal übrigens. Weil die Pekiniere ja da hinten rumgelürgt sind, habe ich ja meine Bogenschützen da hoch nach links gezogen, dass sie die wegschießen. Dann haben sich die Lanzenträger durchsneaken können. Das ist deprimierend. Knapp eine Stunde jetzt nachgespielt dadurch. Schön. Wenigstens musst du nur ich leiden. Hey, es sind nicht Wey Abiliens Levels an Frust, was das Nachspielen angeht. Da hat es ja ganz neue Maßstäbe angenommen. Ach, du hast zwei Stunden gespielt. Tja, mach's nochmal bitte. Ja, Rücken aus. Und zwar bei jeder Mission. Was wünscht ihr? War so gut wie jede. Ähm, gut. Hi, in Ordnung. Eure Landschaft? Auf dem Weg. Ich sag's jedes Mal, was Wey Abiliens angeht. Das System hinter Wey Abiliens ist genial für das Survival Game. Also für dieses Girmisch. Bei der Kampagne mit Progression ist das ein bisschen... Puh. Auf dem Weg. Und tschüss. Ui. Nice. Genau so hatte ich das letztes Mal eigentlich geplant. Und genau, was ich aufgegeben hatte, schüttet der Typ auf einmal. Genau so wollte ich's eigentlich haben. So, dann kommt man ran. So, der Typ weg. Dann machen wir den Rest noch. Und dann sind wir soweit durch mit der Mission. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Unerreichbar. Zu Diensten. Uns entgeht niemand. Hier, das sind diese sneaky Hunde, die da unten kommen. Mein Bogen ist teuer. Das sind übrigens noch Stadtstreit beim Kämpfer. Mein Herr? Nicht bis heute noch. So, ich glaube an Truppen ist jetzt nichts mehr großartig da. Bis auf die Angriffstruppen. Die können wir dann noch jagen. Kann doch sein, dass gar keine Angriffstruppen mehr kommen, sobald jetzt alles weg ist. Äh, da ist noch einer. So, jetzt. Ah, fühlt sich gut an. Wir hatten's ja beim letzten Mal fast geschafft. Da hat noch eine Minute gefehlt oder so. Aber gut, damit hätten wir die erste Mission. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Mission 2. Hi, Herr Reclair. Übrigens, ich glaube vorhin haben wir doch wieder Leicester gesehen oder sowas, was hier eigentlich Lester ausgesprochen wird. Was? Ich hab überlegt, ob es das war. Aber ich bin mir gerade unsicher. Aber ich wurde ja an einer Stelle mal ein bisschen korrigiert. Gut, wir sind's jetzt nächstes Mal dann bei Mission 2 wieder. Bis dahin. Bye, bye.